Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Resident Evil 4. Wir waren hier beim letzten Mal stehen geblieben und ich habe diesmal nicht 28, sondern 100 Schuss für die TMP. Das liegt darin, dass ich danach, nach der letzten Aufnahme, nicht direkt weitermachen konnte. Und dann musste ich das alles nochmal neu machen. Und deswegen haben wir dann ein bisschen mehr Munition dafür. Für die Pistolen-Munition haben wir so gut wie nichts mehr. Aber wir bleiben erstmal bei der TMP. Jetzt müssen wir uns erstmal hier umschauen, erstmal schön einsammeln. Wir müssen eigentlich durch diese Tür da hinten. Aber da gehen wir jetzt auch am besten rüber. Rüber, 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 rüber. So. Und da müssen wir jetzt mal gucken. Da müsste nämlich ein Knopf sein. Einen Moment. So. Das Sicherheitssystem ist aktiviert. Ich muss es erst deaktivieren. Okay. Ja, mach mal. Wieso? Ach, müssen wir vor allem erst den Knopf drücken? Hm. Mal gucken. Ach ja, genau hier war noch ein Knopf. Ja. Da ist die erste... Da ist die erste Kiste da. Och nö. Da sind wieder diese... Wie Spockis. Wo sind die? Ach, die sind da hinten. Ach so. So. Muss schon wieder... Hab mir extra die Kopfhörer etwas lauter gemacht, weil die ganze Zeit hier so still ist. Ja, jetzt wollte ich den Knopf drücken. Ja, da gibt was rausgefahren. Oh ne. Puh. Erledigt. Oh ne, wir müssen jetzt einmal da rumlaufen. Na gut, dann machen wir das mal. Laufen, 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 laufen. Und... Oh, wir bekommen sogar noch extra Geld. Und das ist jetzt ein Ziegen... Was? Ziegen? Ornament. Ach so, Ornament. Jo, wir haben ein Ziegen-Ornament. Das ist sehr gut. So. Jetzt können wir endlich weiter. Aber zuerst lädt ihr erst mal fröhlich. Ach, ich bin doof. Ich bin echt doof. Ich hätte eigentlich hier speichern können. Hätte ich beim letzten Mal ein bisschen weitergehen können. Na gut, warte mal. Das machen wir direkt mal speichern. Machen wir dann direkt hier. Jo, speichern ist beendet. Das ist gut. Sehr gut. So, jetzt müssen wir jetzt mal gucken. Äh, mehrere Türen. Zwei Stück. Munition. Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir hin? Wir müssen da rechts rüber. Ich könnte auch links und dann... Oh. Ach, ich kann hier gar nicht rechts durch. Die ist wahrscheinlich von der anderen Seite verschlossen. Das ist ja voll die Schweinerei. Oh. So, fröhliches Nachladen. Okay. Eine Spinelle. Nicht schlecht. Hier liegt nichts. Da hätte ich ja sehen können. Dün, 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 dün. Schöne Burg. Oh, da sind die Rammen. Warte mal. Wir haben doch Brandgele hatten. Hihi. So. Und dann schmeißen wir die... Rumpa. Mist, dann fliegt doch eine weg. Schade. Wow, wir kriegen aber trotzdem eine Menge. Cool, das ist super. So, und hier kommen wir, kommen wir da rein? Sie lässt sie nicht öffnen. Ja, nur von oben. Sieht aus wie... Sieht aus wie ein... Sieht aus wie ein... Sieht aus wie ein... Sieht aus wie eine andere Seite. Ja, wie sind wir... Ja, okay. Ja, wenn jemand helfen würde, dann könntest du da rauf, ne? Tja, da kommen wir leider nicht rein. Das ist jetzt doof. Oh, drei Kisten. Ne, sogar fünf. Und da ist natürlich nichts dran. Geld, äh, Geld. Ich wollte gerade Geld sagen. Wieso Geld? Das ist Munition. Und hier ist auch nichts in der Ecke. Ach, no. So, fröhliches Laden. Und... Wo kommen wir raus? Ich bin so gespannt. Jo, das ist total geil. Das ist mega geil. So, wir spielen jetzt auf der Schwierigkeitsstufe normal. Und wenn wir auf der Schwierigkeitsstufe leicht spielen würden... Zwei Monde bilden einen, ja. Wenn wir jetzt auf leicht spielen würden, müssten wir jetzt nicht diese zwei Monde einsammeln und könnten einfach hier durchspazieren. Aber da wir auf normal spielen, müssen wir das dann trotzdem einsammeln. Ich bin so gespannt. Herr Kennedy. Still alive, I see. So, do you like my garden? See, you've managed to work in a little of your twisted taste here, too. Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe Sagatious as I am, even I get lost here sometimes. Even if it takes your whole life, you'll never get out. Do you know that no one dies without the cause? You will satisfy these fammicks of my cute pet. Now, if you'll excuse me, I have to tie up a few loose ends. Like chasing down a couple of rats. Two rats? If one's Lois, who's the other? They're an intruder besides me? Ja. Ob es noch einen gibt? Ja. Weiß man nicht. Ja, jetzt müssen wir erstmal die Monde finden und aufpassen. Hier sind irgendwo Hunde. So, jetzt müssen wir erstmal in den Koffer gucken. Wir haben die Pistole. Das ist auch nicht schlecht. Und oben hier haben wir nicht mehr viel. Äh, ich, äh. Hier haben wir ja 189 Schuss. So. Da. Uh. Shit, 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 shit. Da läuft der einmal... Hallo, was macht denn der da? Da erschrecke ich mich so und der greift mich da nicht mal an. Du bist ja voll der Dovi. Da läuft der einmal um uns rum hier und greift uns überhaupt nicht an. Und dann knurrt er uns an und will uns angreifen. Nee, ist ja echt blöd. Echt. So. Energie. Äh. Ich hab noch einen gehört. Da sind noch welche. Karte, Karte. Ah, ja. Man sieht wieder mal nichts auf der Karte. Wir gucken uns erstmal hier um. Und rechts rüber laufen, 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 laufen. Ah, da hinten ist noch ein Hund. Der ist da hinten drin. Den lassen wir erstmal in Ruhe. So, wir gehen erstmal hier gucken. Ich mein nämlich, da ist nämlich natürlich nix. Ich hab jetzt echt gedacht, da wär was, aber okay. Gut, ich glaube, wir müssen gucken, gucken, gucken. Äh, der hat da irgendwas aus seinem Rücken. Wenn wir einmal hier rumgehen, kommen wir, glaub ich, weiter. Boah, hält der eine Menge aus, ey. Boah, krass. So, jetzt müssen wir aufpassen. Ich hoffe, wir kommen da hinten hoch. Da, seht ihr das? Da müssen wir hoch und dann kommen wir da rüber, wo ich hin wollte. Wir können auch da hingehen, aber nee. Nee, da kommen wir nicht. Bäh, manno. So, und hier kriegen wir nur Energie, aber wenigstens etwas. Wenigstens etwas. So, gucken, gucken. Oh, ja, wir kommen langsam in die Nähe. Uh. Uh, hab ich mich jetzt wieder erschreckt. Also, auf Kopfhörern ist das wesentlich gruseliger als ohne Kopfhörer. So, schnell hier rauf. Ah, da ist ja direkt sogar ein Stück. Ja, Mondstein. Rechte Hälfte haben wir jetzt. Cool. Da hinten ist noch so ein Hund. Das muss ich mal überlegen. Ah, da hinten kommen wir gar nicht rüber. Dann müssen wir da... Das ist ja aber gemein. Da hinten ist nämlich... Da hinten müsste nämlich noch ein Stück sein. Das heißt, wieder hier runter und dann da rüber. Okidoki. Dann machen wir das mal. Hm, 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 hm. Wo gehen wir denn jetzt am besten? Ich glaube, das ist vollkommen... Vollkommen wurscht. Uh. Direkt hinter mir, ey. Boah, hab ich mich wieder erschreckt, ey. Da sind sogar zwei drin. Wow. Oh, wir haben nicht mehr von... Kacke, das ist jetzt echt doof. 59 Schuss. Oh Mann, komm, die benutzen wir noch so lang. Solange wir noch die Möglichkeit haben, werden wir sie noch benutzen. So, und jetzt kommen wir wieder links. Ja, wir können darauf. Und dann kommen wir wieder hier runter. Und dann können wir da rechts rüber. Und dann müsste da noch so ein Stein sein. Jo, da ist er. Jetzt haben wir die andere Hälfte. Jetzt müssen wir sie nur noch kombinieren. Kombinieren. So, jetzt haben wir ein Stück. Das setzt wir da hinterher noch ein. Und dann können wir da rein. Wow. Boah. Jetzt habe ich mich schon wieder tierisch erschreckt. Shit, 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 oh Mann, 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 waren das! Alter Falter! Die sind aber auch schnell und stark und halten eine Menge aus. Jetzt müssen wir nur noch wieder hier raus. Hier kommen wir nicht raus. Nee, aber zu einer Kiste mit Munition. Hier hoch und hier können wir direkt runter und dann kommen wir schneller hier raus. Puh. Geschafft. So, und jetzt einsetzen. Ja, sie lässt sich nicht nur öffnen. Das weiß ich auch. Hier ist eine Kerbe. Da steht zwei Mone. Nein, das Ding wollte ich nicht verwenden. Das wollte ich verwenden. Blaue Mondstein verwendet. Und wir kommen rein. Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. A bit of advice. Try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. A bit of fun. Long time no see. Ada. So, it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? Viel haben wir jetzt aber nicht rausgekriegt. So, das ist die zweite Ratte. So schön wie der Salazar das gesagt hat. So, jetzt habe ich da gespeichert, obwohl ich gar nicht da speichern wollte. Na gut, ist ja auch egal. So, jetzt sammeln wir erstmal wieder ein. Müsste man jetzt nicht irgendwo speichern können. Ja, wir können da speichern. Das ist gut. So, bevor wir das aber machen, gucken wir uns erstmal um. Um, 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 um. Da haben wir eine Spinelle. Und hier ist nichts drin in dem Kleiderschrank. Hey, da ist der Kollege. Na, alles klar? Gut, heute ist ja nicht so gesprächig. So, jetzt gehen wir erstmal speichern, bevor wir da irgendwas lesen und kaufen und so. Und dann bedanke ich mich herzlich für das Zuschauen, weil wir machen dann jetzt an der Stelle Schluss. Warte mal, ich habe doch schon gespeichert. Na egal. Gut. Tschö. Bis zum nächsten Mal.